Commander zuweisen Wer ich denn den finde? So, wie sieht's aus mit Einheiten? Na, das war nicht falsch. Geil. Äh, äh, mal erforsch' mal doch mal v... Moment. Ne, doch. Hä? Was? Hä? Äh, was? Keine Ahnung. Was ist das? Oh Gott. Das soll nicht rausschneiden. Nein, ich kann's nicht rausschneiden. Scheiße. Grundlagenforschung abgeschlossen. Äh, okay. Auch witzig. Was erforsche ich denn überhaupt alle? Vierfach 80 Milliliter Luftabwehrkanone. Okay. Das klingt echt übel. Gebäudeforschung abgeschlossen. Systemforschung abgeschlossen. Erhöhte Reparaturgeschwindigkeit nehm ich. Gebäudeforschung abgeschlossen. Zyklonflag. Wattenforschung abgeschlossen. Okay, Moment. Alter, da will ich hin. Das ist jetzt die normale. Und das ist die mit 80 Millimeter? Hm. Bisschen besser. Aber mit 80 Millimeter hatt ich mir ein bisschen mehr erhofft. Guck eins, Mädet. Es kriegt jetzt fast schon ein bisschen... Guck eins, Mädet. Lächerlich. Hö. Guck eins, Mädet. Vorrückender, feindlicher Transport. Ich glaube, es rückt ein feindlicher Transport vor. Nein, tatsächlich. Das ist ja interessant. Davon habe ich noch gar nichts gehört. Komm, ihr könnt jetzt von der Runde kaputt schießen, wenn ihr noch wollt. Nein, ihr könnt ja nicht. Ihr seid zu blöd. Ihr seid wirklich zu blöd für alles. Ja, wie schnell sind denn ihre Scheiß-Transporter? Der... Cheater-Rider... So, jetzt muss ich noch den richtigen Commander finden. Das ist der falsche. So, und der richtige ist dann... ...ist dann... ...der da. Logisch. Vielleicht. Auch nicht? Was? Moment, ist es nicht der? Also, aber doch. Was? Dann doch der sein. Was? Äh... Ach... Oh, bin ich besch... Aber echt? Nee. Das kann man schon nicht mehr mit Worten beschreiben. Vielleicht nicht noch eine Einheit? Ja. Doch fehlt noch eine Einheit. Äh... Da, du. Ja. Ich hab da auf Anni richtig erwischt. So, jetzt. Oh Gott. Bauen wir erst mal so'n Tumbler noch. So völlig sinnbefreit. Und auch immer. Oh, ich muss dann erst mal ne kurze Pause machen, glaub ich. Toll. Konstruktion. Möglicherweise vielleicht, eventuell. Ich will nämlich gleich ein paar Videos hochladen. Wär's vielleicht nicht verkehrt und ich kurz unterbreche, um die erst mal anfangen hochzuladen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Wo baue ich die jetzt hin? Eins, zwei, drei. Bin mal gespannt, ob meine Einheiten da wieder reinkommen. Nein! Aber ist sowas von überhaupt nicht, wenn die da noch mal reinkommen? Die und... Hä? Hey Zivilisten, kann ich euch retten? Kann ich mich töten? Ich töte euch, damit der Feind euch nicht entführt. Aha. Billiante Strategie. Oh mein Gott. Oh, das ging jetzt aber schön. Oh, und gleich noch mal? Was ist denn jetzt kaputt? Die Forschung ist auch noch abgeschlossen und... Ach du Sch... Hande! Oh, die Ölfabrik, Turbomotor... Turbomotor. Das hat auch was, so in Zeitlupe, ne? Oh, noch mal Öl, noch mal Öl. Eine Mission ist vorbei, wenn ich die Basisblatt gemacht hab, ne? Okay, ich muss irgendwas stehen bleiben... Steh... stehen bleiben lassen. Stehen lassen bleiben. Gibt auch keinen Sinn. Okay, da lässt kein Sinn, was ich mir wieder erzähle. Okay, macht mal das platt. Energieressource. Welche ist da gedacht? Konstruktion abgeschlossen. Oh, mach platt. Mach platt. Mach platt. Mach platt. Konstruktion abgeschlossen. Die nehm ich auch. Sind jetzt meine alte Brötchen. Okay, mal schauen. Da ist noch zu. Die können wir noch platt machen. Und jetzt erstmal speichern. Wir wollen ja noch irgendwas erforschen. Konstruktion abgeschlossen. Oh Gott. Na, das kann jetzt nichts werden. Oh ja, ging ganz gut. Oh mein Gott, ich werde jetzt vielleicht so viel Einheiten verlieren. Konstruktion abgeschlossen. Haha, ich wusste es. Oh, wie herrlich, wie sie sich da jetzt neikallen. Herrlich. Herrlich. Hopplas. Oh, komm. Konstruktion. Kommt rein. Meldet. Okay. Wo sind diese neuen Luftabwehrgeschütz... Luft... Zyklon. Oh. 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 Wollen wir einfach mal... Vier Stück. Reichen vier Stück. Gute Frage. Wann schon reichen. Hä? Es blinkt. Ach, blinkt. Ja, genau. Es blinkt. Mein Kopf blinkt. Ja. Und hier werde ich erstmal ne kurze Pause machen. Und mal anfangen Videos hochzuladen. Ich hab da noch ein paar... Beenden. Ja, also bis dann gleich eben weiter. So, nach dieser kleinen Pause von... Paar Stunden... Ja, hat ein wenig länger gedauert. Egal. Mach ich jetzt weiter. Na komm. So, wo waren wir da? Äh... Ja, wir hatten doch... Boah, warum hab ich so viel Zeit? Da stimmt doch irgendwas nicht. Da ist doch... Irgendeine Falle. Kann ich die umfahren? Schauen wir mal. Äh... Ach ja, die bauen ja nix, wenn man da abbricht. Ach, so ein Mist. Moment. Also wir hatten die... Zyklon. Ja, die hatten wir schon. Boah, die Hälfte schon wieder vergessen. Ich bin so ein Gedächtniskünstler. Na... Kann ich das wieder ab... Abbrechen? Nein. Pfff... Scheißen, Dreck. Konstruktion abgeschlossen. Vielleicht wenn nicht... Nein. Verdammt. Ich muss es komplett wieder abbrechen. Ach. Das sollten sie noch mal überarbeiten. Das wird's noch nix. Oh nein! Ich baue sie wieder falsch. Ach komm. Leck mich doch. Ich will die da in einer Reihe haben. Ist das so schwer? Na also. Geht doch. Oh. Die scheiß Gebäude da überall. Grundlagenforschung abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Wir erforschen ja noch. Hier erforschen... Erforschen... Hochexplosive Haubitzen geschlossen. Keine Ahnung, ob die Dinger überhaupt was tauchen, aber... Konstruktion abgeschlossen. Egal. Hä? Was? Was ist abgeschlossen? Achso. Verwirrung. Grundlagenforschung abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Streubombenabwurschafte. Das klingt doch schön. Sind Streubomben nicht irgendwie verboten? Konstruktion abgeschlossen. Mir war das so, als ob... Die hier? Nein. Die hier sind gebraucht. Bestimmt! Bin ich das so? Ich vermute. Ist das so? Auch wenn wir nicht überlegen? Ich vermuten würde. Ob die hier nicht? Wie funktioniert das? einfach alles kaputt machen. Egal ob es was bringt oder nicht. Das ist so ein Drang, so ein Verlangen in mir. Warum haben die eigentlich keine Energieanzeige? Haben die keine Energie oder... Warum fahren die eigentlich nicht zurück? Die sind doch Road, die müssten doch normal... So, jetzt mal schauen, was sie machen. Kein Sieg oder voll, nein. Ja, geil. Äh, was? Forschung? Äh, Forschung. Und, wow, Thermalpanzerung für Fahrzeuge, nehme ich, was auch immer es ist. Klingt gut. Und Videos. Oh, oh, Antriebs-Senkrecht, Start- und Landungen. Fahrzeugforschung abgeschlossen. Wir legen die Panzerung verglichen mit Viper. Baue ich doch hier nicht mehr. 105mm, ey, ey, ey. Das klingt doch vielversprechend. Fahrzeugforschung abgeschlossen. Erhöht Fahrzeugschwindigkeit, nehme ich immer. Gebäudeforschung abgeschlossen. Neue Verteilungsallage, ja. 105mm. Das knallt ordentlich rein, würde ich sagen. Okay, bauen wir was zusammen. Pydon bleibt immer noch erst der Wahl. V-Tool. Ketten? Halbketten? Hm. Hm. Oh, da kann ich, oh, da kann ich kaum was drauf bauen. Hm. Gut, ich baue ein großes anderes. Vergleichen wir mal damit. Also es hat schon mal weniger Leben. Boah. Drittel weniger, hör mir auf. 677mm. Meine haben gerade mal 150. Was haben die denn die mit Ketten eigentlich? 111mm. Hm. Ich bleib doch lieber bei Halbketten noch. Hm. Das Geschütz ist wahrscheinlich überhaupt nicht besser, ne? Ne, überhaupt nicht. Okay, dann hebe ich mir das noch für Sperre auf. Vielleicht wird das nochmal irgendwann interessant. Oder meiner Meinung nach interessant. Weil ich hab sowieso überhaupt keinen Plan, was ich da zusammenbastel. Na ja, Flammenwerfer, das ist eine Zyklon-Flag-Kanone. Die hab ich da schon, oder? Zyklon, ja. Äh, sonst nix? Nö. Doch. Hau bitte! Was sieht die denn aus? Ja, doch. Schöne Reichweite. Feuerkraft. Was hat denn die Feuerkraft? 150. Hm, na ja. Noch nicht so der Bringer. Aber warten wir's mal ab. So, wo sind jetzt mal Einheiten? Ah ja, die fahren zur Reparatur. Wo, 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 wo wollt'n ihr jetzt hin? Ihr wollt jetzt aber nicht ganz dannüber wieder fahren, oder? Ihr macht mir so den Eindruck, als wolltet ihr das. Das gefällt mir mal gar nicht. Besser, ich schick's dann manuell dann auf. Sie fahren sonst nur wieder, wer weiß, wohin. Forschung läuft noch. Und, ach, wir haben noch Zeit. Warum ist so viel Zeit? Wo ist der Haken? Passiert da noch irgendwas? Der Feind greift nicht mit der Atombombe, Mann. Oh, pssch, tot. Haha, lad noch mal. Warum dampft denn das? Boah, was... ... einen halben Strich Schaden hat. Komm, ist doch nicht euer Angst. Ne, das ist unser... Na, mit dem schlechten Witz schon wieder. Nein. Hab ich mal Kraftwerke? 2 von 4, 4 von 4. Moment, hab ich nicht mehr Öl? 1, 2, 3... 4... 5... 6... Grundlagenforschung abgeschlossen. Nö. Grundlagenforschung abgeschlossen. Hatte bloß 6. Ich hatte 6. Hör. Was, wir können noch mehr... Boah, was kann ich denn noch alles erforschen? Äh, Phosphorbombenabwurfschach? Keine Ahnung. Phosphor, Phosphor, war das nicht das? Hä, Bildwiesowbomben? Weiß nicht, das Zeug, das irgendwie bei 21 Grad oder höher anfängt zu brennen mit etwa 5000 Grad. Nahezu unmöglich zu löschen ist. Hm. Ja. Ja.